hallo liebe leute schön dass ihr wieder am start seit bei einer neuen folge von vigor so jetzt tun wir uns erstmal wie immer anziehen und ja heute haben wir wieder aufgaben eine speziell möchte ich auf jeden fall erledigen und zwar ab heute 100 nägel was heute im rest machen das wird sich dann zeigen jetzt lasst uns aber erst mal die ersten gebäude durchsuchen und dann so schnell wie möglich richtung damm wandern und so erstmal hier rein und es startet dann jetzt auch kommende woche ein neues projekt hier auf dem kanal da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen ich freue mich auch schon sehr und zwar wird er starten hier auf dem kanal destroy all humans 2 da habe ich schon lust drauf genauso wie jetzt bald noch ein anderes neues spiel startet und zwar the last of us part 1 da kommt ja das remake raus kommt jetzt auch bald und das war diesmal nicht geplant aber nur gut ist es auch nicht so schlimm dass ich diesmal ins telefon gegangen bin ist jetzt für mich nicht der weltuntergang wir machen einfach unser ding weiter machen auf jeden fall ist es ja wahrscheinlich dass wir gleich dort vorne einen gegner haben so viel muss ich immer ganz klar sagen aber dieses eine gebäude was gleich kommt das ist ein klein wenig verflucht schöne sache direkt 30 nägel bekommen für die aufgabe ja und nahrung müssen wir auf jeden fall auch noch ein bisschen mehr ran beschaffen so ja hier der behälter wurde schon gelootet ich hätte schon gedacht dass hier einer war oder auch immer noch ist bei diesem gebäude dieses haus hier ist nämlich irgendwie verflucht hier treffe ich irgendwie sehr oft jemanden deswegen von dem haus hier laufe ich auch überhaupt nicht gerne vorbei gut also auf jeden fall die schüsse von jetzt eben kam von hier vorne ich denke wir ziehen jetzt gleich direkt nach links oder gucken wir müssten halt mal herausfinden wo die schüsse ganz genau her kamen wir wissen halt nur dass es dieser bereich so im groben war ich denke ich mach mal ganz nach links so drüben hin guck dann mal ganz kurz auf die karte genau vor und so weiter richtung das gelbe haus dort so ungefähr gut lass uns hier fix das zeug mitnehmen ich weiß wir könnten auch ins haus gehen aber speziell der außenbereich interessiert mich hier immer sehr wirklich ich bin jetzt schon voll das gefällt mir aber überhaupt gerade nicht gut nun habe ich wieder mehr platz wir sind wirklich gerade extrem vorsichtig sein weil das ganze zeug mit den geschossen und so weiter hier in der nähe ist also die ganzen gegner mit ihren kämpfen so der eine ist dort unten hier oben ist gerade keiner dann denke ich doch irgendwie nur noch diesen oberen bereich hier bei uns ich hoffe nur dass der da da unten ist den anderen jetzt ausgeschaltet hat nicht gleich hier hoch kommt weil ich will ehrlich sein ich will eigentlich ganz gerne nur noch das hier mitnehmen was jetzt hier ist weil wir sind ja schon gut gefüllt ja wir sind schon voll dementsprechend selbst wenn ich den typen jetzt noch ausschalten würde der hätte mich jetzt ja wahrscheinlich gleich das ding dort gelootet das bringt mir dann alles nichts weil ich schon so gut wie gefüllt bin warum mache ich mich gerade für ihn auch bemerkbar hier oben na gut vielleicht denke der sich auch ich hau ab aber im normalfall sind diese mg dudes verrückt und wollen ein ich würde gerne nochmal den signaldetektor benutzen muss ich ganz klar gestehen leider ist der noch nicht grün na los komm schon ach ne dann hauen wir jetzt einfach ab oder hm hauen wir jetzt einfach ab ich hätte gerne nochmal geguckt aus seiner position weil dann hätte ich doch noch ein bisschen gelootet dort in der umgebung na gut dann schaffen wir das jetzt hier in sicherheit was wir jetzt erbeutet haben lauf mein guter lauf 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 und was neue spiele auch hier auf dem kanal betrifft da könnt ihr euch sowieso auch freuen im september kommt doch sehr vieles neues raus also ich sag mal so das sommerloch ist jetzt bald mehr oder weniger zu ende so jetzt haben wir erstmal das gelände hier verlassen sehr schön gute beute gemacht auf jeden fall da freut sich die basis runde nummer rot zwei beginnt dann jetzt auch schon so und wir machen jetzt erstmal zu dem anwesen hier unten hin das ist erstmal unser erster halteort jetzt hier in der zweiten runde so flitzt was dort drüber da hinten wird natürlich auch der Dings die Signalstation ja wär auch nicht schlecht dort hoch zu machen wär aber natürlich ein Umweg und warum kann ich hier grad nicht drüber Spiel der Moment wenn du ein paar mal springst aber er einfach nicht drüber steigen will ist ein komischer Moment wenn es jetzt hier um ein Überleben gegangen wäre und mir jetzt einer nachher gerannt wäre oder sowas ich hätte die Augen schließen können glaub ich ja zum Glück musste ich sie jetzt noch nicht schließen so alter da wird wieder losgerattert wär der guten alten Rattermaschine ich hab auf jeden fall jetzt hier so einen Tragmannsingerdetektor damit könnten wir gleich mal gucken wer hier in unserer Nähe ist aber nur gut ich kann was mehr oder weniger auch schon selber denken wo grad einer ist sehr wahrscheinlich halt dort bei der Signalstation ja und bei mir und bei mir na super das hat mir jetzt auch noch gefällt ja also das kann ich vergessen jetzt hier mit dem Gebäude mit dem lege ich mich jetzt ganz sicherlich nicht an dann ziehe ich einfach weiter durch zum Damm tschüss weil der Damm war jetzt eh mein Hauptziel hier weil dann lohnt es sich direkt hierher zu machen und jetzt erstmal die Autos zu looten auch wenn es eine gefährliche Angelegenheit ist eine sehr sehr gefährliche Angelegenheit aber nur gut wir machen das nur bis nach vorne und dann geht es hier in den Untergrund die Schlüsse die wir jetzt haben kommen auf jeden fall unten vom Damm komm weiter 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 hier könnten wir direkt jetzt unten schon rein machen oh da wollen wir hier oben noch ein Stück ich denke hier machen wir rein let's go let's go let's go let's go wir sind drin im Damm mit einer Sache bin ich mir auch schon mal sehr sicher der Dude der da draußen gerade geschossen hat der jeweilige von den beiden der es überstanden hat der wird jetzt hier reinkommen davon ist auch auszugehen einfach schöne Beute gerade hier so viel muss ich ganz klar sagen schöne Beute nur sehr gefährlich immer wieder hier im Damm das ganze vor allem wir hatten noch nie einen Kampf hier drin ja das muss man auch dazu auch ganz klar sagen ich sag zwar immer sehr gefährlich der Damm aber ich hatte noch nie einen Kampf hier drin in der Anlage aber nun gut darüber kann ich mich freuen dass wir bisher hier drin noch keinen hatten weil in den engen Gängen hier echt unheimlich stelle ich mir echt mies vor wenn hier in den engen Gängen einer sitzt und so 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 wir tun einfach mal machen und schnell weiter ich würde sagen wir gehen etwa in die unteren Etagen sodass wir dann unten raus kommen wo die Dudes vorne gekämpft haben und dann bei den Gebäuden dort den Berg hoch machen schätze ich nur noch mit die Frage wo ist der eine der jetzt wahrscheinlich gerade im Damm ist die Frage stellt sich mir ein wenig Moment tragbarer Signaldetektor den nutzen wir mal hier hinten wäre der am nächsten wäre irgendwie traue ich der ganzen Sache nie so ja gut dann renne ich jetzt einfach mal ein bisschen sicherer hier rum so dann kommen wir wieder in so einen größeren Raum rein ey was hat das boah ich hab sie gerade leicht lang gezogen ach ich wollte ja schon sagen wirklich ich hab schon innerlich die Augen geschlossen gut inzwischen wollen wir noch hier rüber oh meine Position wird jetzt hier irgendjemanden angezeigt mein Gefühl sagt mir dieser jemand ist hier in meiner Nähe hey ich glaube ich hab grad sogar Geräusche gehört ich glaube da ist oben auf dem Damm ich glaub da ist oben auf dem Damm ich glaub da ist oben auf dem Damm ich glaub da ist oben auf dem Damm so kommen wir jetzt erstmal hier runter so viel Zeit haben wir halt auch bestimmt nicht mehr und der Abwurf kam zwar noch nicht aber trotzdem kurz Zeiten angucken wir gucken was wir hier rein gut gibt es hier unten was Moment nee diese Geräusche das sind keine Dings das sind keine Schritte das waren gerade diese Explosionen von dieser Container Umgebung sag ich jetzt einfach mal dazu ich weiß nicht warum irgendwie in dem Damm hier drin fühle ich mich irgendwie manchmal wie in so einem Zombiespiel so eine Atmosphäre habe ich irgendwie hier drin so jetzt gucken wir mal noch hier vorne ein bisschen jawohl oh no ich bin voll ich bin voll ja dann ist es dann wohl jetzt Zeit so langsam zu gehen würde ich sagen da unten würde ich schon gerne nochmal gucken und ich muss sagen an dieser Stelle hier war ich noch nie ich komme denn hier wieder weg ok ok ich sehe schon wie ich muss jetzt wirklich hinter das Wasser hier bist du halt wie auf dem Präsentierteller und sowas bin ich ja überhaupt kein Fan komm schon ah die Nägelaufgabe die ist so weit an ihrem Ziel kann hier nochmal ein so ein Nagelbehälter sein please 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 na gut wir müssen jetzt nach oben die Strahlung kommt gleich wenn ich mich noch länger hier aufhalte war es das vielleicht für mich weil der Abwurf kam eben schon dementsprechend beginnt auch gleich die Strahlung und die Strahlung kommt diesmal aus dem Bereich wo wir hier gerade hinlaufen deswegen das muss man alles noch mit dazu betrachten dann haben wir halt immer einen Nägel so gefunden die wir dann nutzen können für Upgrades unserer Basis aber haben dann halt die Aufgabe damit nicht geschafft ja man muss sagen das wird jetzt noch glaube ich gefährlich nach vorne weil hier kamen vorne auch nochmal ein paar Schüsse her deswegen und ich hab grad leider überhaupt nicht gefunden wo die Markierung ist von dem einen der hier gerade flüchtet mit so einem Paket ich hab den einfach gar nicht auf der Karte gesehen kein Plan wo der rumrennt also gut wir gehen jetzt einfach hier in Sicherheit wenn wir kurz gucken hm sehe ich nicht egal ist vielleicht zu weit weg gut hartere Beute gesichert wieder eine volle Ladung mit geschleppt vielleicht ein kleiner Packesel manchmal so viele graue Sachen auf jeden Fall zum Herstellen von Waffen Bandagen und Co wir haben ansonsten noch viele Chemikalien wieder ja ist doch gut so kann man dann auch wieder gut die Folge beenden unser Dammspaziergang ist zu Ende und ja Leute lasst gerne einen Daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüssi